Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge Let's Play GTA 5, die Story für den PC. Wir wollen wieder zu diesen FIB Leuten jetzt. In der letzten Folge sind wir abgestürzt mit einem Frachtflugzeug. Wir wollten es entführen, sind dort drinnen gelandet mit einem Pharma-Sprühflugzeug oder sowas, bekannt aus Pearl Harbor. Womit Danny und Ralf das Fliegen gelernt haben, sozusagen. Gib mir deine Luxuskarte! Und die Fracht liegt jetzt am Grund dieses Sees. Vielleicht kommen wir da irgendwann nochmal hin. Das ist wie eine Schimpansenmucke hier. So. Ammonation-Fallschirm, ja. Likör. Ist hier vorwärts? Äh, wie parkt man denn hier ein? Seitwärts. So, stellen wir uns mal so hin. Ne, ich glaube, wir hätten vorwärts rein. Na, egal. Hallo, ist hier jemand? Hallo! Oh, was war da? War da Energie, oder was? Hallo? Hallo! Oh, hier kannst du... Ah, müssen wir hoch wahrscheinlich. Mann, sieht das hier immer aus. Jao! Oh, nice place you got here. Oh, yeah, es ist easy to mock, ist es, huh? Cheap und fucking easy. Aber, äh, das... Das hier ist mein Platz. Und mein Arbeit, paid für mein Platz. All right, relax. Ich war nur so sarcastisch. Ja, well, nicht, all right? Because the world doesn't need any more sarcasm. It's the blight of the age. Ja, ich get the point. Du, ich get the point. Du bist wie jeder andere Arschl. Du hast ein bisschen Geld, und du bist ein Turd. Ich habe die Nachricht für dich. Ich war immer ein Turd. Nein! Du warst, Mann! Du warst etwas. Aber jetzt, Mann, du bist das hier. Du bist ein Schell. Geh, mach dich selbst. Du bist ein bisschen ein purer, moralisch justifierbarer Typ? Was, weil du total psychotisch bist, irgendwie ist es okay? Ich bin ehrlich, okay? Du bist der Hypocrite. Oh, ja, du bist ein Hörger. So far above all. Oh, ja? Well, ich bin nicht überrascht, rißen deine Schmerz zu sehen, was ist dein Herz. Rißen, rißen! See, was ist da, Baby, weil ich bin bereit. Hallo? Oh, ladies, ladies, what's up? Fuck off! Listen. Ich bin sorry, aber wir haben ein Problem. Ein Problem der Regierung. Wir brauchen Sie, äh, investigatet. Ein Forschungslager auf dem Land. Es geht um Terrorismus, der große Nerve Gas, der Biologische Terror. Danke, Gott, ich bin nicht bezahlt. Listen, Sie brauchen ein paar Standard-Gear. Boat, Tandem Rotor-Heavy-Lift-Telicopter, Truck, Weapons. Sie müssen das alles ausbauen. Chopper alone wird dir zurück, ein paar Millen. Oh, keine Angst. Trevor hier, er hat einfach viel Geld. Ist das Sarkasm? Oh, du bist nicht richtig, Sarkasm. Du B****. A paar Wochen vorhin, ich bin glücklich ausgesucht, zu meiner Spanierung. Mein psychotisch Freund kam aus dem Niveau zu torture mich über die Fehler ich gemacht. Honest Fehler ich über ein Jahrzehnt. Wir, unser kleine Posse, oder flat-fuckin' broke. Aber hey, lass uns 2 Millionen Dollar auf einem Tandemrotor-Fuckin'-Chopper so ich kann rauszuhren Nerve Gas von Fuckin'-Terrorist. Entschuldigung, du ignorierter Fuck. Aber Sarcasm ist all I fucking got. Sarcasm! Und ein room full von U-Cuts. Ja! Woo! Welcome back, man. Es ist die alte U. Ja, 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 wir müssen gehen. It's been great, but Dave here's got a Pilates-Klass. Now remember, ladies, you keep us way out of this thing. Bye, bye. Ah, Jesus fucking Christ. Alright, I'll give Lester a fucking call. He said he knew about something. Now you tell him that we're driving towards Palito Bay. Come on, you're driving us up to the bank. Steig in deinen Wagen. Und ja, jetzt sind wir in einer Vorbereitung für einen neuen Raubüberfall. Das ist ja was. Und Michael ist ein wenig angepisst. Und Trevor findet's geil. Das ist angeblich Michaels altes Ich. So, und hier haben wir das Autogerät. Fahr' ich allein. Ne, da hinten kommt der geschiefelte Kater. So, begib dich nach Palito Bay. Und die nächste links bitte. Überall Autos. Naja, fast souverän geschafft. Also, du hast einen Bank für ein paar Millionen. Der erste, was du machst, ist ein Hospital. Und sag ihm, dass du einen Mann in eine Schraubung hast. Oh, das A.C. Bank, du musst du diesen kinder Veränderungen machen? Die Landwirte der Landwirte aus den ganzen Weed-Farmen, Wohr-Hausen, Meth-Kitchenen in der Nähe. Sie halten ihre Geld in safe-Deposite-Boxen. Dann gibt es die normalen Small-Town-Payroll-Stuff. Wir sollten gut machen. Du weißt, ich habe mir gedacht, Trevor. Dein Lebensstil. Oh, die nächste. Wirklich? Ja, ich habe. Der Ball hat den Mittelfinger gezeigt. Die machen das immer die Bullen. Ich muss das mal lernen. Ach, scheiße. Ich krieg das nicht hin, die Autos wegzuschieben. Aber dann, was? Denk mal an. So, jetzt aber hinten an der Ecke ran, oder was? Alter, jetzt bremst der mich aus, oder was? Nein, nein, nein. Wenn du nicht verdammt, wirst du geschehen Kleine, die fit sind. Deine sind alle ein bisschen raus. Ein bisschen schrecklich. Alles, was in der Kauf ist, ist, was ich bekomme. Was ist das? Es ist nicht eine Absintheit, es ist das Gegenteil. Du sollst sein. Und dann gibt es das Tattoo. Der Herd. The weird music. The funny toys. The niche drums. The everything. What the fuck are we talking about? You are a hipster. What? You're a hipster. I hate hipsters. Classic hipster denying. I abhor hipsters. I eat them for fun. Hipsters love saying they hate hipsters. What I really fucking do. Self-hatred. Common hipster affliction. I'll be because I'm living out here. Away from the bean machines. And the bankers. You're gentrifying. Soon, the skinny jeans will show up. Then the skinny lattes. And then the bankers. And you'll be somewhere else, starting the cycle all over again. Maybe you're not a classic garden variety hipster. But you're what the hipsters aspire to be. You, Trevor, are the proto-hipster. I don't know what you're talking about. I don't agree with what you're saying. You're talking bullshit. Stopp-Schild. Super rote Ampel. Scheiß drauf. Der hält an, dann kriegen wir bestimmt gleich grün. Der Bus stoppt hier. Alright. Wie lange dauert es uns hier aus dem L.S.? Come on, man. Knock it off. What? I'm gonna break your fucking fingers you don't knock that shit off. Well, please, alright? You'd alleviate the boredom. Ah, finally. Hey. Hey. Welcome to paradise. Come on. The car's this way. It's dry out here. Don't worry, brother. Mark will take care of all your moisturising needs. Oh. Shall we? Might as well get started. Okay. Let's take a look at this bank. Sooo, begib dich zur Bank. We're in front of the bank. Clock the entrance. If the paperwork's correct, the alarm will be a relic. We should be in and out before the local PD knows what's happening. He 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 he. He 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 he. He oh he 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 he. That's the entrance to the bank. Nothing special. Take us around back. Okay. Schau auf das Grundstück nebenan. Löse den Alarm aus. Na toll. Welche Box? Die da? Das Ding mit der 6 oder was? Oh! Ich bin so blöd. Okay, wie werde ich denn nicht gesehen? Aber hier ist das Auto. Wir versuchen es einfach mal von hier. Wo macht er alles von der Tankstelle aus? Polito Base Security Services Frequency. We have a code 30, Adam. Alarm going off at Lane County Savings Bank. All cars in the area, please respond. Polito Car 369 and 1 will be there in 50 seconds. Roger that. Four units. Backup team at Station is available. Oh, they've dispatched four cars in 60 seconds and more on standby. And it isn't even 30 victor of shots fired. Oh, this is a real headache. What do you got on the clock? 40 seconds. This is Polito Security. Any updates on the code 30, Adam? Backup ready to mobilize. This is not normal. The response is out of proportion. Cops in this county are dirty. The alarm just went off on their piggy bank. This is them. What is that, a 67 second response time? Four cars. More in the wings. Bad cops, garden dirty money. Fuck how many? We can take this. Wait right here. We'll see if anything about their routine suggests a weakness. Polito Radio, this is Polito Car 3. We have a code 12. False alarm. Possibly triggered intentionally. Roger that. We're gonna set up checkpoints on the Great Ocean Highway and the Sonora Freeway. Car-to-car searches and record checks. Checkpoints? Searches? Fuck this! I ain't getting caught because Lester needs a wheelchair. Hey, wheelchair or not. We're still faster than your ass. I'm not gonna outrun a cop. We've gotta go. We're going. And if we're in front of Trevor... ...we're going. And if we're in front of Trevor... ...we're going. And if we're in front of Trevor... ...we're going. Is this a serious race? Or an ironic one? Mach ein Rennen mit Michael zu Trevors Büro. Kein Ding hier mit dem Bike. Das Spiel fuhre viel Mucke hier. Ich könnte nach vorne lähnen hier. War ja klar, dass ich genau da reinfahre, wo ich so schwer rauskomme. Scheiße! 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 So, fahren wir ein bisschen Abkürzung. Hehehehe! Scheiße! Wieso ist der so schnell? Soll ich dann machen. Komm schon! Gib Gas! Scheiße, die Eier zerquetscht! Also im Online-Modus funktioniert sowas. Trevor ist tot. Trevors Eier wurden zermatscht. So, jetzt wollen wir uns alles nochmal besser machen. So, gib Gas, ich will Spaß. Schon wieder die falsche Mucke. Muss ich mal einstellen, dass immer was Self-Radio ist oder aus. Ich wollte gerade sagen, bisher läuft doch alles gut. Mann, 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 Mann. So, ich kann doch schon hier langfahren. Baum! Alter, ist der schnell! So, ich fahr jetzt lieber mal auf die Straße. Alter, da sind sie. So, ich versuche einfach mal auf die Straße zu bleiben. Dann sollte eigentlich nichts passieren. Ja. Komm schon! Alter, voll unrealistisch, wie gut die fahren da hinten. So, im Online-Modus habe ich gesehen, dass hier irgendwo, ich glaube, die Stelle war jetzt schon, dass man da sogar so eine komische Scheiß-Kurve überspringen kann, sozusagen, weil da eine Sprungschanze davor ist. Habe ich nie mitbekommen. Da hinten sind sie, oh. So, sieht ganz gut aus bisher. Aber die sind uns immer dicht auf den Fersen. Und das alles ohne Helm. Und ohne Nierengurt. So. Ha! Jesus, was hast du so lange? Had to let you win. Set up a board over here. Oh. Michael, man, your blood sugars are low. Ich mache dir ein paar Left-Overs. Ich bin gut, Tee. Huh? Nein, ich bin der Host, Mann. Ich weiß, ich will nicht, dass du fach und moody bist, okay? Dann wird man die falsche Entscheidungen machen. Ich habe die falsche Entscheidungen machen, meine ganze Leben. Das ist wie ich hier bin. Hier. Hier. Bon appetito. Jesus Christ, Trevor. What is that? What's wrong with you? That's just a... A what? An eyelid. That's probably not even human. Unless that gas station job. Gentlemen, some plans for your attention? Oh, good. I'm gonna stay here a minute longer than I have to. Yeah. So, I think our little, uh, experiment showed that the response will be too quick to beat and too strong to walk through. That means you gotta face the cops head on. Dirty cops? Uh, the dirty cops head on. Head on. Man, I don't know. Well, you'll be prepared. Convoys carrying military-grade hardware pass near here to get to Fort Zancudo. I propose hijacking one and using the equipment to get an edge on the locals. I can get you the exact details of the shipment as soon as we're done here. Anyway, you won't be outside the bank too long. Polito Bay is, well, it's a bay. So you're a street away from the water where Franklin can be waiting in a boat to get you out of there. I know none of this is ideal, but it's the only way I can see you've taken the score and providing for your FIB-Paymasters. Fine. We need personnel? Just a gunman. They'll be taking on the cops with you. So my advice, choose someone good. I'm gonna go to the floor. 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 14% 12% 12% 12% 12% Achso, das sind Anteile. Treffer-Genauigkeit. Oh, ja, der ist richtig gut. Gesundheit. 14% Nein, ich nehm Chefkoch. Ich nehm Chefkoch. Ich will mit Chefkoch arbeiten. Hast du sicher, dass das der Typ ist? Ja. Kannst du noch weiter umsehen. So, Route des Militärkonvois. Mhm. Alle zwei oder drei Stunden. Was haben wir da noch? 67 Sekunden. Mehr als acht Cops. Vier Autos. Das ist Plan A. Plan B. Ähm, haben wir bisher nicht. Das ist dein Problem. Ich bekomme das Werkzeug zusammen. Michael, du rufst nach Franklin. Trevor. Du machst, was du machst. Roger. Und ich kenne dich, wenn du bereitst, um zu gehen. Hm, willst du einen Bunker mit uns? Ich meine, es wird kalt sein, aber, du weißt, ich kassel, ich kassel, ich kassel, ich kassel. Ich bekomme ein Motel. Danke. Ich kassel. Geh, ich gebe dir ein Rai. Adios, Amigos! Will das jetzt noch mal warm machen irgendwann. Das soll nicht so gut denn, oder? Genau. Alles raus. Lass alles raus. Da haben wir noch Vodka. Bestanden! Vorbereitung für das Ding in Palito. Na, immerhin Silber. So, wie es weitergeht, schauen wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge an. Die Zeit, die schreitet so schnell voran. Ja, und diese Sache werden wir uns in der nächsten Folge annehmen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dann. Ciao!